Und Leute, falls ihr mich supporten wollt, dann kommt gerne in meinen Brawl Stars Club rein, da heißt die Gärtner, das wäre natürlich sehr ehren, wenn ihr reinkommen würdet und ihr habt auch eine bessere Chance mit mir zu spielen und ich werde jede Anfrage von euch annehmen, also Freundschaftsantrage und ich werde immer mit euch spielen, deswegen es lohnt sich in den Club rein zu kommen. Ich würde mal sagen, los geht's mit dem Video. Ich bin gerade nur für Leute drin, wie ihr sehen könnt und Leute, falls ihr da ein Poster werden sollten, ey Digga, das erste Mal wird fett rasiert Digga. Und ja Leute, lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat, also wenn euch das Video gefällt, lasst auch gerne ein Like da, das würde mich auch sehr freuen. Und Leute, folgt mir gerne auf TikTok, hier ist mein Account eingeblendet, das wäre natürlich sehr Ehre, wenn ihr mir sagt folgt, denn ich bin kurz von den 200 Abonnenten, ich habe diesen Account schon länger, aber ich habe nie gesagt, dass ich TikTok habe. Aber das soll jetzt darum gar nicht gehen und zwar, der hat jetzt auch gestartet, so, jetzt bin ich Crewmit oder ein Poster? Was? Ich bin ein Poster, Digga? Junge, war das einfach Zufall, dass ich davor gesagt habe, jetzt wird rasiert, wenn ich ein Poster bin oder was? Auf jeden Fall, ich bin jetzt kurz bei Cafeteria und warum kann ich irgendwie gerade nichts machen, so kein Licht aus, wisst ihr was ich meine, ich konnte eben gerade nichts machen. Okay, da ist auf jeden Fall Dings Lila. So, ich laufe jetzt ein bisschen rum. Okay, Leute, ich gehe mal hier nach unten, in Electrical gehe ich mal, ist jemand, okay, hier sind zwei Leute, weil ich wollte gerade einen von den beiden töten, aber das war ja noch eine andere da, deswegen konnte ich das nicht machen. Ich gehe jetzt mal in Security, weil da guckt die ganze Zeit einer, okay, da sind auch zwei, scheiße. Ich hole die mal jetzt, okay, ich muss schnell wenden, okay, oh mein Gott, ich habe die noch geholt. Ich hoffe mal, dass es keiner bemerkt, Alter, okay, blau hat mich leicht wenden gesehen, aber keine Ahnung, hat der die Leiche nicht gesehen oder was? Leute, mir fällt gerade auf, dass ich 35 Sekunden ungefähr warten muss, bis sich jemand wieder töten kann, okay, da hat jetzt die Leiche gesehen, oh mein Gott, wird der wissen, dass ich das war oder wer? Ja, was, was schreiben die jetzt? Why? Ne, ich schreibe wo? Okay, dieser lila hat wer geschrieben, dieser blaue, was schreibt der jetzt? Warte mal, ich gucke gleich, wer schreibt wer. Wer, okay, der schreibt auch, wer das ist. Alter, Leute, ich hoffe, dass wir das vielleicht gewinnen, Alter, weil es wäre so geil, wenn wir das jetzt gewinnen. Weil beim letzten Video, also beim letzten Among Us Video, habe ich ja probiert zu gewinnen und ich habe es leider nicht geschafft. Ich habe gesagt, I found white, saw purple in the room, okay, der hat Dings da gesehen, weiß, dass er im Zimmer war und purple hat den getötet oder so, keine Ahnung, was er da sagt. Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe einfach, dass sie nicht merken, dass ich das bin, weil wenn sie das merken, das wäre dann richtig kack. So, jetzt muss nur noch diese eine orange, ähm, worten, kann ich mal bitte jetzt worten, Alter. Also, Leute, ich glaube, ich habe gerade das Skip-Wort gemacht, einfach. Ja, okay, ich habe das Skip-Wort gemacht, weil ich habe gefragt, wer auch macht. Orange, ne, ich schreibe das besser nicht, weil vielleicht denken die, ich soll dann, wir sollen dann Orange worten. Okay, ich glaube, jeder, ja, okay, fast jeder hat geskippt. No one was ejected, skipped. So, ein Imposter ist immer noch da und das bin ich hierher. Auf jeden Fall, ähm, ich muss 45 Sekunden warten, bis jemand tönt kann. Ach, das ist echt scheiße, ich schwöre es euch, Leute. So, laufen wir jetzt einfach mal rum und sind die Kameras an? Okay, die sind nicht an. So, Leute, okay, jetzt sind die an. Jemand ist bei, äh, Security gegangen. Ich mache einfach, ich laufe hier einfach mal so rum, als würde ich nichts Schlimmes machen. So, ich glaube, ich gehe jetzt mal schnell, Security, vielleicht ist da nur einer. Okay, die Kameras sind immer noch an. So, ich glaube, ich gehe jetzt mal, äh, Security, ist da einer? Ja, ey, Mann, ich will den töten, los. Okay, oh mein Gott, ich hätte fast auf diesen Knopf gedrückt, dass ich den töten soll. Okay, ich mache jetzt einen auf unauffällig und ich gehe einfach mal weg. So, die sind jetzt beide da, jetzt kann ich nichts Besonderes tun. So, ist hier einer vielleicht? Nein, hier ist keiner, okay, dann, dann kann ich nur noch weggehen. Ich muss mal schnell nach den Gegnern schauen, weil, also nach den Leuten, weil ich finde gerade gar keine. Ist hier irgendwo jemand, hallo? Ähm, ach, diese Kameras die ganze Zeit, ich will diesen Orangenen töten, aber das mache ich besser nicht, weil sonst sehen die das alles. Äh, weil beim letzten Video haben die, hat der eine das auf der Kamera gesehen, ihr wisst schon. So, Leute, auf jeden Fall, oh mein Gott, ich habe den noch schnell geholt. Ey, nein, 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 ich muss schnell wenden, los, 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 oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, oh mein Gott, oh mein Gott. Ist hier jemand? Äh, dieser Orangener hat die Leiche gesehen, aber, okay, okay. Die sind beide da vorbeigelaufen, diese Noobs, und die haben nicht reportet. Deswegen schreibe ich jetzt einfach, pink ist, she killed, she killed purple, blue. Digga, der Orangener schreibt schon, dass ich das bin. No man, okay, orange, schreibe ich einfach mal. Nee, okay, orange. So, ich schreibe das jetzt mal. So, jetzt denken viele bestimmt, dass er das ist, oder die skippen einfach. Leute, ich glaube, ich werde jetzt einfach skippen, weil, keine Ahnung, ist es besser so. Okay, dieser Orangener hatte für mich gemacht, sonst hat jeder den anderen gemacht, oder hat Skip-Wout gemacht. Auf jeden Fall, keiner wurde jetzt entschieden, und deswegen, das ist auch gut, so. Ähm, einen Poster immer noch. So, das sehen wir, das leben auch nur noch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Leute. Die Kameras sind jetzt aus, das ist gut, ich gehe mal schnell wenden. Okay, die sind da, Cafeteria, gehe ich besser nicht, ich gehe mal wieder raus. So, auf jeden Fall, ähm, jetzt läuft eigentlich gerade alles gut. Mann, ich will die ganze Zeit diese Leute töten, aber dieser Kill-Countdown ist zu hoch. So, da ist rot auf jeden Fall. Null heißt er, alles klar. Auf jeden Fall, ich gehe mal, ähm, Electrical hin. Mann, ich will den so töten, aber das geht nicht, weil dieser scheiß Kill-Countdown, das nervt. Aber egal, Leute, man kann jetzt nichts machen. Okay, noch 6 Sekunden. Ähm, ich mache einfach nichts Besonderes, ich bleibe hier einfach okay. Hier ist jeder, das ist mir ein bisschen so gefährlich, Kappa. Ähm, ja, Leute, auf jeden Fall, jemand ist bei Security immer noch, Digga, was, mach ich auch, hä, Digga? Die ganze Zeit sind die bei Security, was ist das? Okay, äh, ich schaue mal hier nach Leuten rum, die alleine sind vielleicht. Okay, schnell, 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 schnell. Wend, 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 oh mein Gott, 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 oh mein Gott. So, Leute, auf jeden Fall, ähm, ich habe den jetzt getötet, kommt jemand vielleicht und sieht die Leiche? Ich glaube nicht, weil es kommt gerade gar keiner. Ich gehe jetzt einfach mal rum und her. Aber Leute, ich gehe besser nicht bei der anderen Seite, weil es wäre so auffällig, dass ich einfach von der Ecke da komme, wie beim letzten Video. Ich bin einfach von dem Zimmer rausgekommen und die können ja alles sehen bei der Kamera. Deswegen, ich bin einfach nicht bei dem anderen Zimmer gegangen, okay? Dieser, 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 dieser Pinke, der ist voll nett eigentlich, weil der hat mich schon fein im Schutz genommen. Okay. I was with yellow. I saw him die. Schreibe ich einfach mal. So, auf jeden Fall, äh, Pink war mit Gelb, deswegen, äh, ich muss mir unbedingt irgendwas aussuchen, eine Ausrede oder so. So. Was könnte ich denn sagen? I skip. Ja, komm. Ich sag das einfach mal. Let's skip. Schreibe ich. So, okay. Die haben alle drei geskippt, aber, äh, Rot hat für Gelb gemacht. So, auf jeden Fall, Leute, das läuft perfekt gerade. Es müssen nur noch zwei Leute sterben, dann habe ich das auch schon gewonnen. Ich glaube, ich lasse den, äh, Pinken am Leben bis zum Ende, weil der, der ist gerade voll der Ehre, Mann, irgendwie. So, auf jeden Fall, der ist jetzt da und ich bin hier mit Rot und Gelb. So, Leute, auf jeden Fall, ähm, ich hoffe mal, dass wir das gewinnen. Ich mache jetzt einfach mal, äh, die Lichter wieder aus und ich tue so, als ob ich, äh, diese Lichter so wieder anmache. Das werde ich auch wirklich tun, damit die wissen, ich bin kein Imposter. Also, doch, die können eigentlich wissen, dass ich da ein Poster bin, aber ich mache das einfach mal. So, Leute, ich habe jetzt das Licht wieder angemacht und ich, äh, da ist Pink, okay. Ist hier noch irgendjemand? Okay, nee. Lukas Bramil Stars, danke. So, Leute, auf jeden Fall, ich gehe jetzt mal bei Security, glaube ich, hin. Weil da ist die ganze Zeit irgendjemand. Okay. Ich kann den Tüten schlafen, 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 schlafen. Los, 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 oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das hat gerade nicht gemacht, das hat gerade nicht gemacht. Okay, ich, jetzt muss ich nur noch eine Person töten und dann habe ich das eigentlich auch gewonnen. Okay. Why, nee. So, why schreiben wir, okay, ich schreibe einfach mal. So. Okay, was wird der jetzt schreiben? Who is, nee, ich schreibe einfach mal nix. Yellow is death. Dead. Okay, dead is scary, schreibe ich jetzt einfach mal, oh mein Gott. I skip. Ja, Leute, ich skippe einfach mal. Ich weiß, das ist ein bisschen auffällig, aber irgendwie fallen die gerade die ganze Zeit drauf rein und das ist komisch. Auf jeden Fall, Leute, er schreibt, Red is following me. Follow me. Digga, warum hat der Rote jetzt für mich gemacht? Ich bin doch kein Imposter-Kapper. So, Leute, auf jeden Fall, jetzt muss nur noch Rot sterben, dann haben wir das eigentlich auch gewonnen. So, Leute. Ich bin jetzt hier mit den beiden und, äh, ich muss mir unbedingt eine Idee aussuchen. Cafeteria mache ich mal zu. Ich habe einfach mal Cafeteria zu gemacht. Leute, wisst ihr, was ich jetzt einfach mache? Ich mache alles zu. Ich mache einfach alles zu. Ich habe alles zu gemacht, Leute. So. Okay, Rot hat Emergency gemacht, warum auch immer. Ich schreibe jetzt, I... Hä, was schreibe ich? I do red. Also, ich werde jetzt einfach mal, äh, rot, äh, voten. Let's vote red. Okay, ich habe den jetzt auf jeden Fall gemacht. Me too. Okay, Leute, wir haben das auf jeden Fall jetzt gewonnen. Richtig geil, Leute. Auf jeden Fall. Wir haben es gewonnen. Auf jeden Fall richtig geil. Zum ersten Mal habe ich also beim Video, habe ich das als Imposter gewonnen, Leute. Ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.